Rap oder Gesang aufzunehmen war nie leichter als heute. Mikrofon verkabeln, DRW starten, Kopfhörer aufsetzen, Aufnahme drücken und los geht's. Und trotzdem lauern an allen Ecken und Enden Fallstricke, die dafür sorgen, dass am Ende vielleicht doch keine professionelle Aufnahme auf dem virtuellen Band landet. Damit dir das aber bei deiner ersten Aufnahme nicht passiert und als kleine Erinnerung an alle, die schon häufiger aufgenommen haben, verrate ich dir jetzt gleich die häufigsten Fehler beim Aufnehmen von Vocals und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst. Jetzt, Recording-Blog. Zach und Schill, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier in deinem Recording-Blog. Es klingt trivial, ist es aber nicht, denn professionell klingende Vocals aufzunehmen ist nicht nur eine Frage der Technik, also Audiointerface, Mikrofon und DRW, am besten auch noch möglichst teuer, weil kostnix ist ja nix. Nein, es ist vor allem eine Frage von grundsätzlicheren Abläufen bei der Aufnahme. Also nichts, was man mit noch so viel Geld mal ebenso kompensieren kann. Ein Neumann U87 zum Beispiel wie dieses hier an einem Apollo X8 Audiointerface für zusammen neu, sagen wir mal 5000 Euro, garantiert dir nicht automatisch auch eine gute Aufnahme. Vor allem, wenn man bei der Aufnahme ein paar grundsätzliche Dinge nicht beachtet. Ganz im Gegenteil. Denn mit den Tipps aus diesem Video nimmst du auch mit einem SM57 wie diesem hier mit Popschutz vorne drauf und an einem Audiointerface, sagen wir mal ein Focusrite Scarlet zusammen für knapp 200 Euro, nimmst du bessere Vocals auf als jemand mit dem Edelgespann, wenn der diese Aufnahme-Basics einfach ignoriert. Alles, was ich dir jetzt gleich erzähle, ist natürlich weder Raketentechnologie noch brandneues Geheimwissen, noch hat es das Potenzial, die Welt des Vocal-Recordings komplett auf den Kopf zu stellen. Aber wenn auch nur einer meiner Hinweise dabei hilft, dass die absolut perfekte Gesangsaufnahme für deinen nächsten Welt-Hit nicht wegen einem ganz trivialen Fehler unbrauchbar wird, dann habe ich im Prinzip mein Ziel mit diesem Video schon erreicht. Und auch wenn dir einige dieser Tipps noch so offensichtlich erscheinen, landen trotzdem regelmäßig Aufnahmen auf meinem Tisch, die mit genau diesen Problemen zu kämpfen haben. Und deshalb ist dieses Video eben nicht ausschließlich für Einsteiger und Beginner, sondern gerne auch eine Erinnerung für geübte DRW-Jonglierer. Starten wir also mit Nummer 1. Diese Aufnahme hier ist offensichtlich übersteuert aufgenommen und damit nicht so ohne weiteres noch zu retten. Dabei kannst du genau das schon ganz einfach vor der Aufnahme vermeiden. Wenn du oder Sängerin oder Sänger sich vor der Aufnahme ein bisschen warm singen, ja, Stimmbänder sind Muskeln, die mögen es vor einem Hochleistungseinsatz auch etwas warm gemacht zu werden. Wenn du also beim Warmsingen bist, dann kannst du dabei schon gleichzeitig das Mikrofon passend einpegeln. Mach einfach vor dem Mikrofon ein paar sehr laute Impulse, sagen wir mal sowas wie Hu! Ha! Und wenn dabei dein Audiointerface, also die Anzeige an deinem Audiointerface, nicht direkt in den roten Bereich springt, also damit auch nicht übersteuert, dann hast du das Problem übersteuerter Aufnahmen schon ganz simpel ausgeschlossen. Kannst du vielleicht nicht gleichzeitig singen und die Anzeige im Auge behalten? Weil vielleicht beides nicht im selben Raum stattfindet? Dann mach einfach eine Probeaufnahme von Hu! Und Ha! So lange, bis nichts mehr übersteuert. Und kleiner Tipp meinerseits, es gibt keinen Sonderpreis für die lauteste, gerade so nicht übersteuerte Aufnahme. In unseren digitalen Zeiten von Aufnahmen mit 24-Bit-Auflösung und besser gilt, lieber etwas zu leise aufgenommen, als etwas zu laut und übersteuert. Und rauschen ist bei zu leisen Aufnahmen heutzutage übrigens kein Problem mehr. Das habe ich dir hier oben schon mal erklärt. Jeder liebt ihn, jeder mag ihn, jeder nimmt ihn gerne mit auf, den Nahbesprechungseffekt. Bedeutet, wenn man beim Sprechen näher und näher ans Mikrofon rangeht, wird die Stimme immer wärmer und fetter und selbst die fiepsigste Stimme klingt dann wie die uneheliche Schwester von Elmar Gunsch. Was Solo-Up gehört, aber absolut klasse ist und vor allem bei Radio-, Podcast-Aufnahmen oder auch Hörbuchproduktionen durchaus erwünscht sein kann, wird bei Rap- und Gesangsaufnahmen schnell mal kontraproduktiv. Denn ist der maximale Nahbesprechungseffekt erstmal aufgenommen, dann ist er nicht mehr so, ohne weiteres zu entfernen. Natürlich helfen Equalizer oder auch Tools wie Soothe zum Beispiel und so weiter dabei, das Ganze zu reparieren. Aber warum mühselig reparieren und im Zweifel vielleicht sogar nicht mal gut reparieren, wenn man es doch von vornherein schon passend aufnehmen kann? Den passenden Abstand zum Mikrofon kannst du schnell mit ein paar Testaufnahmen herausfinden. Nimm einfach vor der eigentlichen Aufnahme, auch wieder beim Warmsingen zum Beispiel, ein paar unterschiedliche Abstände auf. Du kannst ja zum Beispiel den Abstand singen, machst du hier so. Das sind zwei Zentimeter, das sind fünf Zentimeter, das sind zehn Zentimeter, das sind zwanzig Zentimeter und so weiter. Da kannst du einfach singen und dann entscheide, was für deinen Song am besten ist oder was dir am besten gefällt. Bei Aufnahmen in einem relativ trockenen Raum wie diesem hier zum Beispiel mit einem Großmembrankondensator, den ich ja hier auf der Seite stehen habe, ist für mich zum Beispiel 20 Zentimeter der perfekte Abstand. Das ist der Abstand bei mir zwischen dem kleinen Finger und dem Daumen. Das hat sich also optimal herausgestellt. Und wenn das Talent vor deinem Mikrofon Schwierigkeiten hat, den passenden Abstand einzuhalten, dann hilft so ein Popfilter wie dieser hier. Der ist sowieso immer eine gute Idee, aber warum das so ist, darauf gehe ich jetzt mal nicht mehr ein. Das setze ich jetzt einfach mal bei dir voraus. Bei dynamischen Mikrofonen wie zum Beispiel hier diesem SM57 wieder auf der Seite oder bei seinen unehelichen Brüdern SM7B oder auch das Sennheiser MD441, die gerne mal beim Singen in der Hand gehalten werden, hilft beim Thema passender Abstand oft nur die Erkenntnis Performance vor Aufnahmequalität. Okay, dann ist das halt so, was natürlich auch wie auf der Bühne wunderbar funktionieren kann, zumindest sofern du wie in Punkt 1 empfohlen sauber eingepegelt hast. Bevor ich zu Nummer 3, der meiner Ansicht nach häufigsten Fehler bei Vocalaufnahmen komme, noch eben der Tipp, dass ich nach Nummer 3 noch einen kleinen Schnelldurchlauf weiterer Tipps für bessere Vocalaufnahmen für dich vorbereitet habe. Bleib also auf jeden Fall noch dran, wenn du die nicht verpassen willst. Und falls du jetzt schon der Meinung sein solltest, dass dir dieses Video hier weiterhilft und du auf jeden Fall noch mehr Videos von mir sehen möchtest, dann hilft es mir und vor allem dem Recording-Blog immens weiter, wenn du auf den Daumen nach oben klickst und ein kostenloses Abo-Nebst-Hinweis-Glocke aktivierst. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal von meiner Seite. Ich weiß deine Unterstützung wirklich sehr zu schätzen. Oder Efkaristo para poli, wie wir alten Griechen sagen. Also Nummer 3. Das ist so ein Ding, das sich über die Jahre bei vielen als vermeintlich professionelles Verhalten vor dem Mikrofon eingeschlichen hat. Jeder hat ja schon mal im Fernsehen gesehen, wie Tom Jones, Lady Gaga oder wahlweise auch Miley Cyrus das Mikrofon so in der Hand halten. Kleiner Finger übrigens nicht vergessen. Und dann bei lauten Passagen vom Mund immer so wegnehmen, damit sie bloß nicht zu laut in das Mikrofon reinsingen. Was bei sehr geübten Vokalisten und Tinnen live vielleicht noch Sinn machen kann, ist bei Aufnahmen im Tonstudio absolut unangebracht. Ach, du erinnerst dich vielleicht noch an den Nahbesprechungseffekt, gerade aus Nummer 2. Je nachdem, wie nah oder wie weit du vom Mikrofon entfernt stehst, verändert sich ja auch der Sound der Stimme. Bist du näher dran, klingt die Stimme warm, laut und trocken, bist du weiter vom Mikrofon entfernt, wird die Stimme leiser etwas dünner und bekommt je nach Abstand zum Mikrofon sogar noch einige Raumanteile dazu. Wird der gewählte Abstand dann zumindest konsequent eingehalten, dann kann der erzielte Sound damit genauso gewollt sein. Aber ich hoffe, du erkennst die Problematik mit wechselnden Mikrofonabständen. Denn wenn während der Performance ständig der Abstand zum Mikrofon wechselt, ändert sich ja auch ständig der Sound der aufgenommenen Stimme. Mal laut, nah und warm und dann wieder dünner, leiser, indirekt und dann wieder räumlich und so weit weg und das Ganze bei jeder Silbe anders? Nein. Wir wollen eine möglichst gleichbleibende Klangfarbe aufnehmen. Was bedeutet, die Person vor dem Mikrofon sollte, wenn es eben geht, immer und da ist die Betonung auf immer den gleichen Abstand zum Mikrofon einhalten. Sehr geübte Sänger oder Sängerinnen singen dann bei lauten Passagen oder bei S-Lauten so ganz leicht mit so einer Kopfbewegung am Mikrofon vorbei. Aber das braucht wirklich sehr viel Übung und lenkt im Zweifel auch zu sehr von der eigentlichen Performance ab. Auch hier kann der Popfilter wieder als quasi disziplinarische Maßnahme helfen, den Abstand konsequent vor dem Mikro einzuhalten. Also, erstens, vor der Aufnahme sauber einpegeln, lieber etwas zu leise als zu laut mit der Gefahr zum Übersteuern. Zweitens, richtigen Abstand zum Mikrofon suchen und drittens, diesen Abstand dann auch passend und konstant einhalten. Wird dann mit unterschiedlichen Pegeln eingesungen, ist zumindest der Sound der Stimme immer der gleiche. Die Dynamik können wir dann später im Mix ja ausgleichen. Und jetzt, wie versprochen, noch ein paar Schnelltipps ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auch ohne längere Erklärung, aber zumindest für noch bessere Gesangsaufnahmen. Text auswendig lernen ist besser für die Performance, als Text beim Singen lesen zu müssen. Vor der Aufnahme sollte man genug trinken, damit der ganze Apparat hier schön geölt und einsatzbereit bleibt. Nicht in der Raumecke aufnehmen, wegen tieffrequenter Raummoden, die in den Ecken sein könnten. Besser sind vorher ein paar Probeaufnahmen, wo der Raum am besten oder im Zweifel auch am unproblematischsten klingt. Je schlechter, also je halliger der Raum, desto eher solltest du auf das geliebte Großmembran-Mikrofon hier auf der Seite verzichten. Dazu gibt es eine dazugehörige Gleichung, die lautet, je schlechter der Raum, desto eher solltest du ein dynamisches Mikrofon verwenden. Einen guten Mix von Stimme und Musik auf dem Kopfhörer sollte man natürlich auch vor der Aufnahme einstellen. Denn je besser man Musik und Stimme hören kann, desto besser performt man ja auch beim Singen. Wenn du auf dem Ohr so klinkst, als wenn du einen Welthit singst, dann singst du auch wie auf einem Welthit. Weisheiten a la Jonas. Neigt der Sänger oder die Sängerin dann allerdings dazu, immer etwas zu tief zu singen, dann hört er sich wahrscheinlich ein bisschen zu gut auf dem Kopfhörer. Dann einfach die Stimme im Kopfhörer-Mix ein bisschen runterdrehen und schon wird wieder sauberer gesungen. Und wenn du nicht nur eine Demo, sondern die finale Aufnahme brauchst, dann solltest du definitiv nicht zwischen Tür und Angel aufnehmen. Sollte man sowieso nicht, aber dann sollte man auf jeden Fall genug Zeit einplanen, auch Zeit für Pausen bei der Aufnahme einplanen. Und dann klappt es auch garantiert mit dem Welthit, versprochen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du später dann die Dynamik aus deiner perfekten Aufnahme so ausgleichen kannst, dass die Stimme immer stabil im Mix stehen bleibt, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassu!